Hallo und herzlich willkommen zu Rotor Commander in Black Ops. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Team Deathmatch. Ihr seid im Einsatz. Dreht voll auf. Wir haben den Vorteil. Bedrohung neutralisiert. Suche ist verfügbar. Wir haben die Kontrolle übernommen. Wir liegen zurück. Feindliche Drohne kreist. Feind am Boden. Feind am Boden. Suchermine aktiviert Feindliche Vorräte zerstört Überwachung durch Drohne starten Feindliche Drohne kreist Sucher ist einsatzbereit Geist 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 Wir verlieren den Kampf. Wir liegen in Führung. Moment ist weg. Wir haben die Führung verloren. Reaper wurde ausgelöscht. Mache Feuermechanismus scharf. Feindlicher Pfeil im Einsatzgebiet entdeckt. Suche ist verfügbar. Wir gewinnen hier. Wir verlieren den Kampf. Eingehört. Wir haben den Vorteil. Suchermine. Das verdirbt jemandem die Laune. Ziel erledigt. Starte die Operation. Bedrohung neutralisiert. Kommando, Drohnen-Einsatz in meinem Quadranten. Sucher ist einsatzbereit. Feind eliminiert. Schütze eliminiert. Feindliche Drohne kreist. Radarschleier offline. Ein Downgrade. Suchermine zerstört. Achtung. Achtung. Granate. Draht platziert. Mission fortsetzen. Wir schaffen das. Sturmsicherung entfernt. Die Zeit bleibt nicht stehen. Geht alles. Feind am Boden. Entlade Sturm. Entlade Sturm. Jetzt hast du ein Problem. Das war's. Es war's. Feindliche Konterdrohne entdeckt. Alle Missionsziele abgehakt. Feindliche Drohne kreist. Ein Krimplastergranate. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.